Kurz vor den Feiertagen haben gleich drei Aktien, in denen ich direkt investiert bin, noch reichlich für Schlagzeilen gesorgt. In diesem Video erfährst du, welcher Investor angefangen hat, im großen Stil Viva Systems Aktien zu kaufen. Wir haben zudem erfahren, dass CD Projekt 13 Millionen Kopien von Cyberpunk bis zum 20. Dezember verkauft hat. Ich schaue also basierend auf diesen Zahlen die aktuelle Bewertung von CD Projekt an. Und zudem hat die Kommunistische Partei nochmal am Weihnachtsfeiertag dafür gesorgt gehabt, dass der Alibaba Kurs deutlich in den Keller gerauscht ist. Beginnen wir mit Viva Systems. Viva ist auch in unserem Community Depot vertreten. Meine Investment Story für Viva ist es, dass es als neuer Trendsetter im Bereich der Cloud Business Software noch sehr hohes Wachstumspotenzial besitzt. Und sehr groß von dem Zukunftstrend der Medizin und Biotechnologie wird profitieren. Und das indirekt, indem es die Business Software für die Biotech und die Medizinunternehmen von morgen liefert. Im Endeffekt ist Viva Systems ein Wachstumsunternehmen mit Produkten in einem Wachstumsmarkt und hat Kunden, die ihrerseits wiederum in einem enormen zukünftigen Wachstumsumfeld aktiv sind. Wachstum, Wachstum, Wachstum also. Und das spiegelt sich auch in dem aktuellen Kurs von Viva wieder. Viva hat es geschafft, innerhalb von vier Jahren zu einem Ten-Bagger zu werden. Hätte man noch Anfang 2016 Viva-Aktien gekauft gehabt, zu damals etwa 20 US-Dollar oder vielleicht auch ein bisschen mehr, zu 27 US-Dollarn, so hätte man Stand heute sein Kapital verzehnfacht. Wenn man sich den Kurs der letzten Monate anschaut, so hat Viva Systems noch Anfang März ihren Corona-Tief erreicht gehabt und ist seitdem extrem schnell nach oben gestiegen und ist dann praktisch auch wieder an den oberen Trendkanal angelaufen. Dieser Trendkanal ist im Übrigen schon relativ alt, er hat sich ausgebildet gehabt ab dem Jahr 2016 und Viva Systems befindet sich innerhalb dieses Trendkanals. Man hat ihn zwar zum Corona-Tief kurzzeitig verlassen gehabt, aber das war dann nicht von langer Dauer. Seit einigen Monaten befindet sich auch Viva Systems in einem seitlichen Verlaufspfad, wobei hier ungefähr die Linie um 256 US-Dollar als starke Unterstützung gilt. Was wir zudem noch sehen, ist, dass sich seit kurzem ein Kaufsignal aus dem MACD hervorgetan hat. Am 15. Dezember wurde ein Kaufsignal entsprechend signalisiert und tendenziell haben wir auch noch Platz nach oben, um gegebenenfalls erneut den oberen Trendkanal anzulaufen. Dieses Szenario wird aktuell auch noch unterstützt von einem anderen Ereignis, denn ein großer Investor hat angefangen, in Masse Viva Systems Aktien zu kaufen. Bei diesem Investor handelt es sich mal wieder um Arc Invest und Arc Invest hat angefangen, in ihrem Genomics ETF, aktuell wie ihr es hier seht, am 22., 23. und auch am 24. Dezember, deutlich Zukäufe von Viva Systems Aktien durchzuführen. Zudem hat der CEO Peter Gessner erst ganz vor kurzem noch ein Interview bei CNBC gegeben und auch gemeint, dass die Biotech- und Medizinbranche aktuell noch ganz am Anfang stehen, ihr Effizienzpotenzial auszuschöpfen. Diese Unternehmen sollen in drei Jahren nochmal deutlich effizienter werden und Effizienzsteigerungen erleben im Vergleich zu heute. Und genau das würde dann nochmal zu einem Wachstum bei Viva Systems führen, im Umsatz, aber auch im Ergebnis. Wenn wir uns ganz kurz die Bewertung von Viva Systems anschauen, dann sehen wir, dass Viva Systems 43,5 Milliarden an Marktkapitalisierung hat und aktuell aber auch ein KGV von 135. Viva Systems ist ein absolutes Wachstumsunternehmen und eine absolute Wachstumsmaschine und der Markt hat hier aber auch schon dieses Wachstum gewisserweise vorweggenommen. Mein Fazit zu Viva Systems ist, ich behalte es definitiv weiterhin in meinem Depot und Zukäufe waren auch geplant. Ich mache aber weitere Zukäufe nicht nur von dem abhängig, was andere tun und das solltest du auch nicht. Aber wenn man Viva bisher nicht im Depot hat, aber sehr interessiert war an dem Unternehmen, dann kann man jetzt auch schon durchaus eine Position eröffnen. Die Fundamentaldaten sind weiterhin sehr gut. Technisch haben wir ein Plateau erreicht mit einem vor kurzem generierten Kaufsignal und zudem scheint ein großer Investor starkes Interesse an Viva gewonnen zu haben. Aufgrund der aktuell deutlich hohen Bewertung würde ich aber nicht sofort die gesamte Position auf einmal aufbauen, sondern wie sonst auch immer mit einem kleinen Teil bereits dabei sein und Rückschläge für weitere Zukäufe nutzen. Und wenn wir gerade schon bei Rückschlägen sind, dann geht es jetzt auch direkt mit Alibaba weiter. Die Alibaba Aktie befindet sich seit dem missglückten Börsengang von der Ant Group in einem deutlichen Abwehrzug. Ich habe dies bereits in einigen Videos behandelt, unter anderem in diesem hier, was ich dir jetzt oben rechts einblende. Eine Hauptaussage war es, dass wohl diese ganzen Aktionen rund um die Ant Group und Alibaba vor allem damit verbunden sind, dass Jack Ma kurz vor dem Börsengang sehr kritische Worte in Richtung der Kommunistischen Partei und der Finanzaufsicht geäußert hat. Und zudem auch die Staatsbanken massiv kritisierte. Dies kam absolut nicht gut an, denn die Kommunistische Partei hat zwar ihre großen, erfolgreichen Unternehmen recht gerne, aber niemand, absolut niemand darf so groß und mächtig werden, dass er es wagt, die Partei zu kritisieren. Dies war meiner Meinung nach der Grund für diese ganzen Aktionen und gemündet hat dies am Weihnachten dann auch zu polizeilichen Durchsuchungen in der Alibaba Zentrale. Die chinesische Aufsichtsbehörde hat nun zudem auch ein Kartellverfahren gegen Alibaba aufgrund monopolistischer Aktivitäten eingeleitet. All diese Dinge kurz nacheinander und kurz nach Jack Maas Äußerungen deuten auf eins hin. Man will Jack Maa ganz klar zeigen, wer weiterhin der Boss in China ist und zudem soll es vermutlich auch ein Fingerzeig Richtung anderer Milliardäre werden, dass man sich nicht mit der Kommunistischen Partei anlegen soll, egal wie reich man ist. Wäre Alibaba ein Konzern im Westen, würde ich zu diesen Kursen, die ich euch gleich nochmal zeige, massiv zukaufen, da vermutlich nur ein paar Milliarden an Strafe im schlimmsten Fall zu bezahlen wären. In diesem Fall bei Alibaba bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob nicht die Staatsführung hier jetzt nicht tatsächlich ein Exempel statuieren will und am Ende einige Personen aus dem Management vielleicht sogar im Knast landen aufgrund irgendwelcher scheinbaren massiven Verstößen oder sonstigem, die dann irgendwie aus dem Hut gezaubert werden. Man darf nicht vergessen, seitdem der neue Präsident Xi Jinping an der Macht ist, gab es im politischen Umfeld Tausende und Zehntausende an Verhaftungen und im Endeffekt kann man schon fast von politischen Säuberungen sprechen. Von daher würde ich es im Moment sogar auch absolut nicht für ausgeschlossen halten, dass an Jack Ma tatsächlich ein Exempel statuiert wird und es hier vielleicht nicht noch zu noch schlimmeren Dingen kommt. Ich schaue hier jetzt aber dennoch noch kurz auf den Alibaba-Chart. Man sieht hier, dass Alibaba eine gigantische Unterstützungszone und Trendlinie im Endeffekt aktuell anläuft. Diese Trendlinie hat sich aufgebaut seit dem Jahr 2016 und ist dann auch bestätigt worden im Endeffekt von dem Corona-März-Tief, das wir Anfang 2020 gesehen haben. Und genau hier in diese Richtung aktuell bewegt sich auch der Kurs nach einem dramatischen Einbruch von hier oben und dann dieser nächste massive Einbruch, den wir jetzt an Weihnachten gesehen haben. Zusätzlich zu dieser roten Trendlinie, die ihr seht, haben wir auch mehrere horizontale Unterstützungen, unter anderem das hier in blau bei etwa 211 US-Dollar und hier ist das Ganze aus einem Zwischenhoch im Jahr 2018. Wenn wir uns das Ganze nochmal anschauen, dann sehen wir, dass der Kurs genau auch auf dieser Linie abgeprallt ist und sich aktuell bei einem Kurs von 222 US-Dollar befindet. Zudem sehen wir, dass Alibaba aktuell deutlich in einem überverkauften Bereich sich befindet und ich habe ja auch persönlich gesagt gehabt in meinem letzten Video, dass Kurse bei Alibaba unter 200 Euro definitiv auch für mich Kaufkurse wären. Mit der aktuellen politisch bedingten Zuspitzung werde ich aber hier bei meinem weiteren Positionsaufbau noch ein bisschen auf die Bremse drücken. Grundsätzlich ändert sich aber nichts meiner Meinung zu Alibaba. Ich werde also erstmal die aktuelle Situation aussitzen und wenn ein bisschen Licht am Ende diesen politischen Dramas abzusehen ist, werde dann auch ich weitere Zukäufe definitiv nutzen. Wenn du ein Trader bist, dann kann sich aber durchaus für dich auch aktuell eine Situation ergeben, um hier kurzfristig noch von zu profitieren. Für mich ist es nichts. Ich bin ja im Endeffekt ein Langfristinvestor und ich suche mir nur gute Zeitpunkte aus, um eine Aktie zu kaufen gegenüber anderen Aktien. Und hier ist es nun mal zwar im Endeffekt so, dass wir wirklich eine massive Unterstützungszone anlaufen, aber sollten hier wirklich tatsächlich noch weitere dreckliche Dinge im politischen Rahmen passieren, dann kann es auch durchaus hier nochmal nach unten gehen und wenn erstmal diese Zone hier durchbrochen ist, dann Gnade uns Gott im Endeffekt. Kommen wir jetzt auch zu der zweiten Aktie, die ebenfalls massiv einen deutlichen Kurseinbruch zu verzeichnen hatte. CD Projekt hat ja vor kurzem so gut wie in jedem Nachrichtenmagazin für Schlagzeilen gesorgt. Der Grund war ein massiver Kurseinbruch nach dem Cyberpunk Release Debakel. Behandelt habe ich das Ganze auch schon in diesem Video, was ich dir jetzt auch oben rechts einblende. Und ich habe ja auch bereits wie in dem Video erklärt gehabt, spekulative Positionen in meinem Trade Republic Depot aufgebaut. Und gemeint, dass ich deutliches Kurspotenzial bei der CD Projekt Aktie sehe, weil die Verkaufszahlen am Ende vermutlich nicht so schlecht ausfallen werden, wie zu diesem Zeitpunkt eingepreist war. Und dadurch, dass Unternehmen aktuell deutlich zu niedrig bewertet ist. Tatsächlich gab es, wie von CD Projekt auch zuvor versprochen, ein Update zu den Verkaufszahlen noch vor Weihnachten. CD Projekt teilte mit, dass man bis zum 20. Dezember 13 Millionen Kopien von Cyberpunk verkaufen konnte. Und diese 13 Millionen sind aber bereits abzüglich von Rückerstattungen physischer oder virtueller Kopien. In meinem Video bin ich davon ausgegangen, dass bis Jahresende Cyberpunk sich etwa 21 Millionen Mal wird verkaufen können. Und auch wenn hier also noch 11 Tage Zeit sind, wird wohl meine Prognose nicht ganz erreicht werden können. Und dennoch halte ich an meiner Aussage fest, dass CD Projekt zum aktuellen Kurs im Vergleich zu anderen Unternehmen in seiner Branche deutlich unterbewertet ist. Und in den nächsten Monaten deutliches Kurspotenzial hat. Dazu möchte ich einfach mal die aktuelle Bewertung von CD Projekt nochmal beleuchten. Analysten rechnen in diesem Jahr mit einem Umsatz von knapp 2,5 Milliarden Slotty. Im Übrigen sind diese 2,5 Milliarden Slotty, was dann etwa 675 Millionen US-Dollar entsprechen würde, nur knapp 15 Millionen Kopien. Das heißt, dass in den restlichen 11 Umsatztagen nur noch 2 Millionen Kopien zusätzlich verkauft werden. Ehrlich gesagt finde ich das etwas zu wenig. Zum einen sehen wir in den Nutzerstatistiken, dass die Bewertung und die Beliebtheit bei Cyberpunk immer besser wird. Zudem bin ich auch mal die ganzen Foren durchgegangen. Und auch auf Reddit sieht man mittlerweile auch, dass so gut wie keine Posts mehr sich mit massiver Kritik beschäftigen, sondern dass im Endeffekt der Großteil jetzt wirklich sich um die Story geht und eigentlich eher um Darstellungen von der Story, von den Möglichkeiten im Spiel und auch vielen positiven Dingen zu dem Spielen. Weiterhin ist es auch so, dass der letzte Patch von Cyberpunk wohl auch zu deutlichen Performance-Steigerungen auch auf der Xbox und auch mittlerweile der Playstation geführt hat. Gegebenenfalls sehen wir sogar, dass Sony Cyberpunk wieder in den Shop mit aufnimmt. Und zum anderen ist der aktuelle Stand, wie von mir bereits erwähnt, die schlechteste Cyberpunk-Version, die es jemals geben wird. Anfang nächsten Jahres wird CD Projekt hier vermutlich nochmal deutliche Verbesserungen nach der anderen raushauen. Und ich finde aber etwas langfristig ganz, ganz wichtig. Mit Cyberpunk hat sich CD Projekt eine zweite enorm wichtige IP aufgebaut, von der man vermutlich alleine schon aus China enorme Vorteile wird ziehen können. Deswegen wird CD Projekt ein potenzieller Zukaufskandidat auch in unserem langfristigen Community-Depot. Aber aktuell ist einfach viel zu viel Rauch und Nebel um die CD Projekt Aktie. Deswegen schauen wir uns jetzt also auch tatsächlich mal an, wie die aktuelle Bewertung bei CD Projekt ausschaut. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 7,3 Milliarden und einem Umsatz dieses Jahr von etwa 675 oder 650 Millionen US-Dollarn und diese Zahl halte ich eher für konservativ, bleiben unterm Strich voraussichtlich etwa 380 Millionen US-Dollarn übrig. Das entspricht einem KGV von aktuell 19,2 und nächstes Jahr dann einem KGV von 16,5. Diese Zahlen sind nicht von mir und nicht aus den Fingern gesaugt, sondern diese Zahlen sind hier absolute Analysten-Konsens-Schätzungen. Nächstes Jahr wird dann etwa ein gleich hoher Umsatz erwartet, von dem dann aber mehr übrig bleibt unterm Strich, da die zugrunde liegenden Kosten aus dem Release so nicht mehr vorhanden sein werden. Weswegen das KGV nächstes Jahr eben laut Analysten mal etwa 16,5 liegen wird. Jetzt ist es aber so, dass CD Projekt ja zwischen den einzelnen Jahren immer relativ lange braucht, um einen neuen Titel herauszubringen. Und bis das nächste Top-Produkt herauskommt, muss die Zeit überbrückt werden. Fakt ist, dass CD Projekt mit Cyberpunk genug Geld eingespielt hat, um Witcher 4 komplett zu finanzieren. Selbst wenn Witcher 4 fünfmal so teuer wird wie Witcher 3. Außerdem darf man nicht vergessen, dass Cyberpunk Online ebenfalls noch vor Witcher 4 erscheinen und zur heutigen Zeit digitale Produkte, also im Endeffekt Computerspiele, eine deutlich höhere Lebensdauer haben als noch vor einigen Jahren. Aber Fakten, ich will Fakten. Wie schneidet hier das KGV von CD Projekt im Vergleich zu den Konkurrenten ab? Wenn CD Projekt aktuell ein KGV von 19,21 hat, dann haben die Konkurrenzunternehmen ein deutlich höheres KGV. Take-Two Interactive 33, EA 40, Activision 32 und Ubisoft 44. Wir sehen also, dass CD Projekt im Vergleich zu den Konkurrenzunternehmen deutlich unterbewertet ist, für das aktuelle bzw. auch für das nächste Jahr. Und der Blick bis 2022 und darüber hinaus stellt sich nicht wirklich, denn EA, Activision und Ubisoft haben aktuell deutlich geringere Wachstumsraten, als von CD Projekt langfristig erwartet werden kann. Und der Stichpunkt mit verspielter Ruf, den man auch oft hört, und verlorenes Vertrauen ist im Übrigen hier auch schon komplett mit drin. Denn wenn EA oder Ubisoft ein KGV von 40 oder zwischen 30 und 40 haben, dann ist ein KGV für CD Projekt von 20 aufgrund eines schlechten Rufs definitiv nicht richtig. Denn diese Unternehmen haben jahrelang für schlechten Ruf hart gearbeitet. Und es wäre unfair jetzt CD Projekt, nach einem vermasselten Release in die gleiche Schublade zu stecken wie EA oder Ubisoft. Man muss natürlich im Hinterkopf behalten, dass die Umsätze und Ergebnisszahlen von CD Projekt anders, aber als bei diesen Unternehmen weniger linear verlaufen. Aktuell sehe ich aber die aktuelle Krise für das Unternehmen als gewaltige Chance, mit deutlichen Potenzial im Jahr 2021 und darüber hinaus zu starten. Zukünftig wird Personal aufgestockt werden und man wird an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten können und seine Umsätze und Ergebnisse linearer gestalten. Man wird sich also als Unternehmen transformieren können. Im Übrigen ging es Take-Two Interactive vor einigen Jahren auch nicht anders. Vor wenigen Jahren hat man bei Take-Two von einem Projekt zum nächsten gelebt. Jahrelang hatte man ein KGV zwischen 0, weil man negative Zahlen schrieb, und 600. Irgendwann ist einem dann aber der Sprung gelungen, gleichmäßige Umsätze und Ergebnisse zu schreiben. Ab dem Märzquartal 2017 hatte Take-Two positive Zahlen und hat nun auch zwischen den Projekten signifikante Umsätze und positiven Cashflow. CD Projekt ist für mich ein junges Take-Two Interactive und ich denke, es wird sich in einigen Jahren da befinden, wo Take-Two heute ist. CD Projekt ist also heute das, was ein Investment von Take-Two im Jahr 2016 war. Nur so zum Vergleich, der Kurs von Take-Two betrug Anfang des Jahres 2016 33 US-Dollar und heute steht dieser bei über 200. Deswegen ist für mich CD Projekt ein Kauf, sowohl kurzfristig als auch langfristig. Vielen Dank dir fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.